Heute habe ich drei Fälle aus den 60er Jahren für euch rausgesucht. Bitte denkt daran, ein Like dazulassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 16 Jahre alte Marguerite Beck, genannt Peggy, lebt mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern in Edgewater bei Denver in Colorado. Seit sie neun Jahre alt ist, ist Peggy bei den Pfadfindern und nun, im Jahr 1963, darf sie als Betreuerin zum jährlichen Sommercamp mitfahren, das sich in der Nähe von Deckers in den Bergen von Colorado befindet. Am 13. August bricht sie mit der Gruppe dorthin auf. Peggy teilt sich ihr Zelt mit einer anderen Betreuerin, Claudia. Die Entfernung zwischen den Zelten beträgt etwa 10 Meter, doch das Zelt von Peggy und Claudia ist etwas abseits und etwa 20 Meter vom nächsten Zelt entfernt. Darüber hinaus stehen alle der Zelte mitten in einem Waldgebiet, also Bäume befinden sich auch noch zwischen den Zelten. Außer Claudia und Peggy befinden sich drei Erwachsene sowie 24 Kinder im Camp. Es gibt nur eine einzige Straße ins Camp und keine andere Möglichkeit, es zu erreichen. Am letzten Abend macht die ganze Gruppe gemeinsam ein Lagerfeuer und alle bleiben lange auf. Peggy macht sich etwa um Mitternacht auf den Weg, um in ihrem Zelt schlafen zu gehen. Am Morgen des 18. August wird Peggy beim Frühstück vermisst. Sie hatte in dieser Nacht allein in ihrem Zelt geschlafen, da Claudia diese letzte Nacht aufgrund einer Erkältung im einzigen Haus auf dem Zeltplatz verbracht hatte. Sie geht nun nachschauen und findet Peggy tot im Zelt vor. Sie befindet sich noch in ihrem Schlafsack, der bis zu ihrem Hals geschlossen ist. Und zunächst ist überhaupt keine Todesursache erkennbar. Deswegen denken die anderen Betreuer zuerst, die 16 Jahre alte Peggy könnte an natürlichen Ursachen verstorben sein. Deswegen rufen sie zunächst gar nicht die Polizei, sondern melden sich direkt beim zuständigen Gerichtsmediziner. Als die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen, versuchen die Betreuer noch, den Tod von Peggy zu verheimlichen. Sie wissen nicht, wie sie den Kindern den Vorfall erklären sollen. Am Nachmittag bei ihrer Untersuchung beim Gerichtsmediziner sind deutliche Spuren an Peggys Hals sichtbar geworden, die zuvor nicht zu sehen waren. Peggy ist stranguliert worden. Das Entsetzen ist groß. In der Nacht der Tat hatte niemand aus den anderen Zelten irgendetwas gehört. Doch Peggy hat sich erheblich gegen den Täter gewehrt. Unter ihren Fingernägeln können Hautschuppen festgestellt werden, da sie den Täter offenbar gekratzt hat. Darüber hinaus kann eine weitere Probe, die forensisches Material des Täters enthalten könnte, von Peggys Schlafsack sichergestellt werden. Zum Glück werden diese wichtigen Spuren gut aufgehoben, denn die Polizei hat damals keinen konkreten Verdächtigen. Es gibt überhaupt nichts, was darauf hindeutet, wer Peggy umgebracht haben könnte. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Zufallsopfer war, ist groß, denn der Täter hat vor ihrem Tod intime Handlungen mit ihr erzwungen, was darauf hindeutet, dass die Tat alleine durch diesen Beweggrund motiviert war. Dass forensische Spuren an Peggys Leiche und an ihrem Schlafsack sichergestellt werden konnten, ist wirklich ein glücklicher Umstand, denn weitere Sicherungen von Spuren konnten nicht gemacht werden. Die Betreuer hatten, nachdem die Leiche von Peggy zum Gerichtsmediziner gebracht wurde, ihr Zelt aufgeräumt, ihre Kleidung gefaltet und in ihre Tasche gepackt und dann das komplette Zelt auch noch ausgefegt. Alle weiteren Spuren, die hätten sichergestellt werden können, sind somit zerstört worden. Genauso wie zum Beispiel mögliche Fußspuren um das Zelt herum, da seit der Tat bereits so viele Personen dort herumgelaufen sind. Es heißt, ein Mann mit Kratzern im Gesicht sei an einer Bushaltestelle in der Nähe gesehen worden und der sei auch von der Polizei vernommen worden, doch es ergibt sich offenbar nichts daraus. Natürlich werden auch die Mitarbeiter des Zeltlagers überprüft, sowie eine Vielzahl weitere Personen, Vorbestrafte aus der Umgebung, doch niemandem kann etwas nachgewiesen werden. Einige Personen aus benachbarten Camps behaupten, fremde Fußspuren gesehen zu haben und eine Frau behauptet, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Camps zu ihr in den Wagen steigen wollte, doch anhand dieser Hinweise kann die Polizei auch niemanden ausfindig machen. Im Jahr 2007 wird aus der Probe, die damals an Peggys Schlafsack sichergestellt wurde und Körperflüssigkeiten des Täters enthält, ein DNA-Profil erstellt. Im Jahr 2018 wird es dann mit DNA-Profilen in öffentlich zur Verfügung stehenden Datenbanken verglichen, woraufhin sich ein Match ergibt. 56 Jahre nach der Tat steht fest, dass der Täter der damals 24-jährige Raymond Taylor gewesen ist. Die DNA eines engen Verwandten von ihm hatte sich in der öffentlichen Datenbank befunden. Diese Datenbanken sind eigentlich für Ahnenforschung und so weiter gedacht, also der Verwandte von Raymond, dessen DNA in der Datenbank war, hatte kein Verbrechen begangen. Raymond hatte damals in einem Elektronikladen gearbeitet, und zwar in Peggys Wohnort Edgewater. Er war verheiratet und hatte ein Kind. Ob er Peggy vor der Tat gekannt hat oder nicht, konnte nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er das Zeltlager mehr oder weniger zufällig als Ziel ausgewählt hat und dass es ebenso zufällig war, dass die Gruppe, die zu dieser Zeit auf dem Campingplatz war, aus dem gleichen Wohnort wie er, dem rund 50 Meilen entfernten Edgewater, gewesen ist. Raymond wäre inzwischen 81 Jahre alt, Doch sein Aufenthaltsort ist bereits seit dem Jahr 1976, 13 Jahre nach der Tat, unklar. Seine noch lebenden Familienmitglieder geben alle an, ihn seit diesem Jahr nicht mehr gesehen zu haben. Was genau mit ihm geschehen sein könnte, scheint niemand zu wissen. Er ist in den Jahren davor, 1972 und 1974, wegen anderen, nicht näher benannten Delikten im Raum Las Vegas aufgefallen. Bislang konnte leider nicht festgestellt werden, ob er überhaupt noch lebt, obwohl die Polizei monatelang intensiv nach ihm gefahndet hat, um seinen Verbleib zu ermitteln. Doch er ist laut der Polizei die Person gewesen, die damals die 16-jährige Peggy in ihrem Zelt umgebracht hat. Der genaue Tatablauf bleibt somit unbekannt. Auch wenn angenommen wird, dass Raymond die Tat eher spontan und nicht geplant begangen hat, muss er absichtlich in das Camp eingedrungen sein. Er kann jedenfalls nicht einfach versehentlich hineingewandert sein und plötzlich vor den Zelten gestanden haben. Er muss nämlich zumindest den recht hohen Zaun des Camps überwunden haben. Darüber hinaus, woher hatte er gewusst, dass Peggy die einzige Person ist, die diese Nacht alleine in ihrem Zelt verbringt? Die Vermutung liegt nahe, dass Raymond bereits früher am Tag auf das Gelände eingedrungen ist und die Gruppe heimlich beobachtet und dabei festgestellt hat, dass Peggy alleine in ihrem Zelt zum Schlafen gegangen ist. Eine unheimliche Vorstellung, dass Peggy in der einen Nacht, in der sie alleine in ihrem Zelt geschlafen hat, direkt überfallen und umgebracht wurde und auch, dass niemand etwas gehört hat. Der Fall von Peggy ist einer der ältesten ungelösten Fälle, die inzwischen mittels DNA gelöst werden konnten. Am 13. Februar 1964 meldet der Antiquitätenhändler Joachim Rinnelt aus Wiesbaden seinen sieben Jahre alten Sohn Timo vermisst. Seine Mutter hatte ihn gegen fünf am Nachmittag noch vor dem Haus in der Wilhelmsstraße, wo sie wohnen, beim Spielen gesehen, doch plötzlich ist der Junge verschwunden. Bis zum nächsten Tag gibt es keinerlei Hinweise auf Timo und die Polizei macht eine groß angelegte Suchaktion. Die Umgebung rund um seine Wohnung wird von zahlreichen Polizisten durchkämmt, doch als keine Hinweise gefunden werden, wird die Suche schnell ausgeweitet. Hundert Schaften der Polizei durchkämmen umliegende Wälder, Schrebergärten und Bahnanlagen. Timos Verschwinden wird im Fernsehen gemeldet und in einem Kaufhaus in Wiesbaden wird eine Schaufensterpuppe ausgestellt, die die gleiche Kleidung wie Timo zum Zeitpunkt seines Verschwindens trägt. Am 18. Februar erhalten Timos Eltern einen Brief, in dem sich der Schlüssel eines Schließfachs mit der Nummer 320 befindet. Am Hauptbahnhof in Wiesbaden existiert das entsprechende Schließfach allerdings nicht. Timos beiden Stiefbrüder, die sich mit dem Schlüssel auf den Weg gemacht hatten, fahren zum Hauptbahnhof nach Frankfurt weiter und dort haben sie Erfolg, der Schlüssel passt. In dem Schließfach Nummer 320 finden sie Timos rechten Schuh sowie einen Brief, der aus ausgeschnittenen Buchstaben aus Zeitschriften zusammengefügt wurde. In diesem Brief fordert der Täter 15.000 D-Mark Lösegeld sowie keine Polizei. Weitere Anweisungen würden telefonisch erfolgen. Die Polizei hat inzwischen die Vermutung, dass der Täter die Rindels kannte, denn der Brief, in dem sich der Schlüssel zum Schließfach befunden hat, war an ihre private Adresse in der Wilhelmsstraße adressiert und nicht an ihre Geschäftsadresse, die im Telefonbuch steht. Die Polizei beginnt, das Telefon der Rindels zu überwachen und noch am gleichen Abend, dem 19. ruft ein Mann an und fragt, ob der Brief angekommen sei. Die Polizei ist der Ansicht, dass der Anrufer sich wie ein Jugendlicher anhört, der versucht, seine Stimme zu verstellen. Am nächsten Tag ruft er erneut an und fragt die Rindels, ob sie das Lösegeld bereit haben. Darüber hinaus sagt er, dass im Keller ihres Apartmenthauses ein Brief abgelegt worden sei. Der Polizei gelingt es, beide der Anrufe aufzuzeichnen. Tatsächlich wird ein Brief auf der Kellertreppe gefunden, was die Polizei ziemlich irritiert, denn das Apartmenthaus der Rindels wird natürlich ebenfalls überwacht und niemand ist dort aufgefallen. In dem Brief, erneut aus ausgeschnittenen Buchstaben zusammengefügt, wird Timos Vater Joachim aufgefordert, zu einer Telefonzelle am Hauptbahnhof zu fahren. Dort findet er einen weiteren Zettel mit dem Hinweis, nun zum Marktplatz zu fahren. Er wird mit weiteren Nachrichten noch zu mehreren Telefonzellen gelotst, doch eine konkrete Forderung oder Anweisung zur Lösegeldübergabe erhält er dadurch nicht. Die Polizei stellt sich die Frage, was der Täter mit dieser Schnitzeljagd bezwecken möchte. Weitere Anrufe bei den Rindels gehen nicht ein. Außer, dass Timo vermisst wird, hatte die Presse bis zu diesem Zeitpunkt nichts über den Fall berichtet, da die Polizei eine Nachrichtensperre verhängt hatte. Doch die Geschichte mit den Lösegeldforderungen und den zahlreichen Nachrichten sickert irgendwie zur Presse durch und am 21. Februar, neun Tage nach Timos Verschwinden, erscheinen plötzlich zahlreiche Reporter-Teams in der Wilhelmsstraße und beginnen, das Haus der Rindels zu belagern. Sie haben eine Sensationsstory gefunden und in den nächsten Tagen erscheinen mehr und mehr Reporter. Die Polizei beginnt, das Apartmenthaus der Rindels so gut wie möglich abzuschirmen, doch ein junger Mann, der 23-jährige Klaus L., Sohn eines Arztes, der zeitweise bei der Mutter seines Stiefvaters direkt über den Rindels wohnt, bietet sich der Presse als Informant an. Die Reporter nehmen dieses Angebot natürlich an, um mehr Details zum Fall zu erfahren. Den Rindels selbst ist Klaus auch bereits aufgefallen, da er sie seit einigen Tagen nicht mehr grüßt und immer schnell an ihnen vorbeiläuft. Joachim berichtet, dass er sich einige Tage zuvor sogar erschrocken hätte, als ihm Klaus mit hochgeschlagenem Mantelkragen im Treppenhaus begegnet sei, da er aussahm, als hätte er nächtelang nicht geschlafen. Darüber hinaus hatte Timos Mutter ihn im Treppenhaus gesehen, kurz nachdem der Erpresserbrief auf der Kellertreppe des Hauses gefunden wurde. Da die Polizei ja das Haus bewacht und keinen Verdächtigen gesehen hatte, ist es naheliegend, dass der Brief von einer Person auf der Kellertreppe platziert wurde, die sich bereits im Haus befunden hat. Klaus L. ist mit drei Geschwestern aufgewachsen. Nachdem er im Alter von 13 Jahren fast in einem Schwimmbad ertrunken ist, kommt seine Mutter mit dem Mann zusammen, der ihn aus dem Wasser gezogen hat. Sein Vater, der Arzt, ist über 30 Jahre älter als seine Mutter und verstirbt wenig später. Anschließend heiratet seine Mutter ihren neuen Partner, doch Klaus kommt nicht mit seinem Stiefvater klar. Er bricht die Schule ohne Abschluss ab und zieht zur Mutter seines Stiefvaters, die über den Rindels lebt. Klaus wird einen halben Tag lang verhört, doch obwohl die Polizei die genauen Aktivitäten von Klaus am Tag von Timos Verschwinden nicht lückenlos rekonstruieren kann, wird er schließlich als nicht verdächtig befunden. Da die Ermittler bei ihrer Suche nach dem Täter nicht weiterkommen, erklärt sich die Staatsanwaltschaft schließlich zu einem Deal bereit und verspricht dem Entführer am 23. Februar über die Presse sechs Stunden Vorsprung, sofern er Timo lebend freilassen sollte. Die Staatsanwaltschaft wird nach dieser Zusage heftig vom Innenmysterium kritisiert. Auch eine Privatperson macht dem Entführer anonym übers Fernsehen ein Angebot von 15.000 DM, um Timo freizubekommen. Zwei Männer melden sich darauf hin und organisieren eine Geldübergabe mit der Presse, die auch gelingt. Doch es handelt sich um Trittbrettfahrer, die mit der Entführung nichts zu tun haben. Sie können kurz darauf festgenommen werden und werden wegen Betruges angeklagt. Ein weiterer Trittbrettfahrer lockt Timos Vater im Flugzeug nach Barcelona mit 8.000 DM Bargeld in der Tasche. Nachdem der Betrüger ihm in Barcelona das Geld abgenommen hat, verschwindet er. Am 7. März, drei Wochen nach Timos Verschwinden, wird eine Aufzeichnung eines der Anrufe des Täters im Fernsehen ausgestrahlt. Die Qualität der Aufnahme ist ziemlich schlecht und niemand erkennt die Stimme des Mannes. Keine der Spuren führt die Polizei zum Ziel. Drei Jahre vergehen. Eine Zeitung berichtet im Jahr 1967 über eine neue Methode, um Straftäter zu identifizieren, und zwar mittels sogenannter Stimmabdrücker. Dadurch lassen sich aus Tonbandaufnahmen Merkmale über Menschen entnehmen, die so charakteristisch seien wie Fingerabdrücke. Dies scheint den Täter im Fall von Timo in Panik zu versetzen. Seine Anrufe bei den Rindels wurden ja aufgezeichnet. Er schickt einen Brief an eine Münchner Zeitschrift, in dem er behauptet, im Austausch für 15.000 DM Hinweise zu Timos Aufenthaltsort zu geben. Da sich in den letzten drei Jahren weitere Trittbrettfahrer gemeldet hatten, die behauptet hatten, im Fall von Timo Informationen zu haben, hält die Polizei diesen Brief zunächst für einen davon. Doch am 3. Mai erhält die Zeitschrift erneut einen Brief, in dem der Mann nun den linken Schuh von Timo als Beweis bietet. Doch dann schickt er noch einen Brief eine Woche später und schreibt, dass der Schuh nicht mehr da sei, jedoch ein Strumpf von Timo, den er in einer Hütte auf dem Neroberg abgelegt hätte. Dort wird von der Polizei tatsächlich ein Strumpf gefunden und wie kurz darauf feststeht, haftet an dem Strumpf Leichengewebe. Dies legt den Verdacht nahm, dass Timo nicht mehr lebt. In einem Brief am 18. Mai fordert der Täter einen Reporter auf, ins Parkhotel zu kommen. Der angeforderte Reporter wird durch einen Ermittler ersetzt. Als er vor Ort am Parkhotel eintrifft, sieht er dort in einem Café einen Mann sitzen, den er bereits von den ersten Ermittlungen drei Jahre zuvor kennt, und zwar den inzwischen 26-jährigen Klaus L., der über den Rinnels wohnte. Er informiert seine Kollegen darüber, dass er ihn dort gesehen hat. Sonst geschieht an dem Tag nichts mehr. In einem weiteren Brief am nächsten Tag fordert der Täter den Reporter auf, anstatt zum bewachten Parkhotel zum Kriegerdenkmal ins Nero-Tal zu kommen. Eine Hundertschaft der Polizei hält sich dort bereit und einige Beamte spazieren als Liebespaare getarnt durch den Park. Zunächst findet der als Reporter getarnte Polizist eine Nachricht am Kriegerdenkmal. Dann geschieht die gleiche Schnitzeljagd, die der Täter drei Jahre zuvor bereits mit Timos Vater gespielt hatte. Er wird von Punkt zu Punkt gelotst, bis er im Park in einer zusammengefalteten Zeitung die Nachricht findet, dass er dort in der Zeitung das Lösegeld hinterlassen soll. Der Ermittler packt Papierscheine im Geldformat hinein. Das Päckchen ist mit einem Kabel mit einem Feuerwerkskörper verbunden, den die Polizei im Gebüsch platziert hat. Doch niemand holt das Päckchen ab. Doch dann fällt ein Mann auf, der im Park spazieren geht. Es ist Klaus L., auf den der andere Polizist bereits am Tag zuvor in dem Café aufmerksam wurde. Klaus geht zu einem Auto und fährt damit weg. Den Ermittlern fällt auf, dass das Nummernschild dieses Wagens, es gehört einem Bekannten von Klaus, bereits drei Jahre zuvor in der Nähe von anderen versuchten Lösegeldübergaben notiert wurde. Ein Streifenwagen nimmt seine Verfolgung auf, bleibt jedoch im Hintergrund, um nicht bemerkt zu werden. Als Klaus vor seiner Wohnung in der Viktoriastraße, wo er inzwischen lebt, anhält, bemerkt das folgende Polizeiauto dies zunächst nicht. Als die Polizisten seinen parkenden Wagen sehen, bremsen sie dann scharf daneben ab. Klaus, der dies bemerkt, fragt die Polizisten, ob sie etwas von ihm wollen. Die Polizisten antworten mit Nein und fahren weg. Als der Fahndungsleiter drei Tage später den Bericht über diese Aktion erhält, ist er nicht gerade begeistert. Doch nach den zahlreichen Beobachtungen von Klaus wird nun ein Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung ausgestellt. Dort werden zwei Schreibmaschinen sichergestellt, die benutzt wurden, um die Briefe an die Zeitschrift in München zu tippen. Dann meldet sich ein Anwalt, der nun die Räume mietet, in denen Klaus' Vater früher seine Arztpraxis betrieben hat. Er teilt der Polizei mit, dass die Kellerräume des Hauses immer noch der Familie L. gehören. In diesen Kellerräumen in der Wilhelmsstraße 58, nicht weit von Timos eigener Wohnung in der Wilhelmsstraße 17 entfernt, werden kurz darauf Timos Überreste gefunden. Sie befinden sich im Lichtschacht des Kellers und sind mit einer Schicht Mörtel bedeckt. Er hat noch ein Kabel um den Hals und wurde offenbar stranguliert. Klaus L. wird endlich festgenommen. Er gesteht schließlich die Tat und erklärt, dass er Timo am 13. Februar 1964 auf der Straße angetroffen und ihm erzählt hätte, dass er eine Schale zur Entwicklung von Fotos aus dem Keller seines Vaters holen würde. Timo, der Klaus, der ja über ihm wohnt, kennt, hätte ihn gefragt, ob er mitkommen kann. Im Keller sei es dann zu der spontanen Kurzschlussreaktion von ihm gekommen, den Jungen zu strangulieren. An den Vorfall selbst könne er sich nicht mehr konkret erinnern und auch nicht wirklich, warum er es getan hätte. Bestimmte Handlungen haben nicht stattgefunden, Timos Hose ist jedoch teilweise geöffnet. Die Reporter, die damals das Haus der Rinnels belagert haben, erinnern sich nun daran, dass Klaus bereits damals einige Bemerkungen gemacht hätte, wie zum Beispiel, dass Timo gar nicht so ein liebes Kind sei, sondern dass er immer quengeln würde und vielleicht deswegen umgebracht worden sei. Die Lösegeldforderungen und so weiter hätte er damals geschrieben, um den Eindruck zu erwecken, dass tatsächliche Entführer am Werk seien, um somit von sich selbst abzulenken. Er beschreibt, dass er sich nun drei Jahre nach der Tat bei der Zeitschrift gemeldet hätte, da er aufgrund der neuen Methode der Stimmerkennung befürchtet hatte, doch noch entdeckt zu werden. Er wollte sich mit der nun geforderten Lösegeldsumme ins Ausland absetzen. Klaus hatte in den vergangenen Jahren keinen festen Job und hatte das Erbe seines Vaters in teuren Clubs der Stadt und für einen Sportwagen verprasst. Klaus wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt und verbringt 18 Jahre bis 1985 im Gefängnis. Nach seiner Entlassung ändert er seinen Namen. Kou Kobayashi wird im Jahr 1908 im Dorf Tamai in der Präfektur Saitama in Japan geboren. Ihre Familie betreibt eine Farm und Kou ist das zweitälteste von acht Geschwistern. Sie schließt die Grundschule ab und arbeitet anschließend ab dem Alter von etwa zehn Jahren auf der Farm ihrer Familie. Mit 16 bekommt sie eine Stelle als Haushälterin in Tokio. Dort heiratet sie im Alter von 22 Jahren einen Mann namens Hidenosuke Kobayashi. Die beiden bekommen zwei Kinder, von denen nur eins, eine Tochter, überlebt. Die Familie eröffnet einen Fahrradladen. Ihr Mann Hidenosuke trägt im chinesisch-japanischen Krieg mehrere Verletzungen davon und kann anschließend nicht mehr arbeiten. Kou ist nun für das ganze Einkommen alleine verantwortlich. Sie handelt nach dem Krieg auf dem Schwarzmarkt mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen und verdient eine ganze Menge Geld damit. Darüber hinaus beginnt Kou zahlreiche Affären und ist nachts oft außer Haus. Als sie 44 Jahre alt ist, im Jahr 1952, verstirbt ihr Mann plötzlich unter ungeklärten Umständen. Sein Tod wird allerdings nicht als verdächtig eingeschätzt. Anschließend kommt Kou mit einem Polizisten, Mataichiro Nakamura, zusammen, den sie bereits vor dem Tod ihres Mannes kennengelernt hatte. Er hatte sie wegen Handelsgeschäften auf dem Schwarzmarkt überprüft und ist dann von ihr verführt worden. So entgeht sie einer Anzeige. Doch Mataichiro, der Polizist, nimmt sich kurz darauf eine weitere Geliebte und lebt mit ihr und Kou gemeinsam. Zwischen Kou und der anderen Frau gibt es häufige Streitigkeiten und nach nur zwei Jahren trennt sie sich wieder von dem Polizisten. Sie eröffnet einen Souvenirladen im Dorf Shiobara Onsenkyo und etwa ein Jahr später ein Restaurant und verdient wieder sehr gut damit. Sie ist interessiert daran, ein Hotel im Ort zu kaufen. Und zwar das Hotel Nihonkaku, das über einen Onsen, also eine heiße Quelle zum Baden verfügt und das von dem Besitzer ausgeschrieben wurde. Doch als sie sich mit dem Besitzer Okata Kamaske trifft, können sie sich nicht einigen. Kou gibt allerdings nicht so schnell auf und sie besucht Kamaske in der folgenden Zeit häufiger. Die beiden beginnen eine Affäre. Kamaske macht ihr schließlich das Angebot, sie gegen die Zahlung von 500.000 Yen zu heiraten. Das Geld möchte er seiner Frau Ume geben, damit sie sich von ihm scheiden lässt. Kou versucht, ihn auf 300.000 Yen herunterzuhandeln, nach heutigem Wert etwa 7.000 Euro, doch Ume, die Frau des Managers, ist nicht bereit, sich für 300.000 Yen von ihm scheiden zu lassen. Kou allerdings möchte das Hotel nun unbedingt haben. Sie macht einen Plan mit Kamaske und mit einem der Hotelmitarbeiter Mitsuyoshi Onuki. Kamaske macht bei dem Plan, seine Frau zu ermorden, selbst mit, da er inzwischen wütend ist, dass sie nicht in die Scheidung eingewilligt hat, obwohl er ihr so viel Geld geboten hat. Onuki, der Hotelmitarbeiter, und Kamaske bringen Ume am 8. Februar 1960 gemeinsam um, indem sie sie strangulieren. Sie wird im Boilerraum des Hotels verscharrt. Doch im Dorf gehen nach Umes verschwinden Gerüchte herum und Kou hat Bedenken, dass die Polizei vorbeikommen könnte. Sie trägt Onuki und ihrem neuen Partner Kamaske auf, die Leiche von Ume wieder aus dem Boilerraum auszugraben und sie stattdessen im Wald zu vergraben. Nun, wo Kou selbst mit Kamaske zusammen ist, findet sie heraus, dass das Hotel hochverschuldet ist. Damit hat sie nicht gerechnet. Sie wollte eigentlich in das Hotel investieren und es ausbauen und renovieren lassen, doch nun gibt es keine andere Möglichkeit, als das Hotel zur Auktion auszuschreiben. Kou ist wütend. Sie hatte ihre Partnerschaft mit Kamaske sowie den Tod seiner Ex-Frau ja nur eingefädelt, um das Hotel zu besitzen. Kurzerhand macht sie erneut einen Plan mit Onuki, um dieses Mal Kamaske umbringen zu lassen. Sie erzählt Onuki nicht, dass das Hotel zur Auktion gestellt wird und erklärt ihm stattdessen, dass sie, wenn er Kamaske umbringen würde, ihn heiraten würde und sie dann gemeinsam das Hotel führen könnten. Am 31. Dezember 1960 greifen Onuki und Kou Kamaske gemeinsam an, strangulieren ihn und stechen ihm anschließend noch ein Messer in die Brust. Seine Leiche verstecken sie unter den Dielen des Fußbodens. Die Dorfbewohner werden erneut misstrauisch, als der Hotelmanager, der vor Ort jedem bekannt war, plötzlich spurlos verschwunden zu sein scheint. Sie melden ihren Verdacht, dass seine neue Partnerin Kou etwas damit zu tun haben könnte bei der Polizei und als sie vorbeikommt, um Kou zu verhören, gesteht sie, dass sie den Manager und seine vorherige Frau umbringen lassen hat und dass sie bei der Tat an Kamaske auch selbst beteiligt war. Kou und auch Onukim, der die Taten für sie ausgeführt hat, werden festgenommen. Wenig später kommen die ungeklärten Umstände des Todes ihres ersten Ehemannes, mit dem sie 22 Jahre lang verheiratet war, aufgrund ihrer Festnahme erneut ins Gespräch und kurz darauf erklärt Kou, dass sie ihn ebenfalls umgebracht hat. Sie hatte ihn mit Zyanid vergiftet, da sie mit dem Polizisten Mataiichiro Nakamura, den sie kurz zuvor kennengelernt hatte, zusammen sein wollte. Nakamura wird ebenfalls festgenommen. Er gibt zu, um Kou eine Pistole besorgt zu haben, doch schlussendlich hatte sie sich dann entschieden, ihren Mann zu vergiften. Kou Kobayashi wird 1966 im Alter von 58 Jahren zum Tod verurteilt. Ihr Kompliz Onuki erhält ebenfalls die Todesstrafe. Mataiichiro Nakamura, der Polizist, der offenbar davon wusste, dass Kou plante, ihren ersten Mann umzubringen, wird der Beteiligung am Mord für unschuldig befunden. Er erhält eine Gefängnisstrafe von einem Jahr, da er ihr die Pistole besorgt hatte. Kou ist allerdings überzeugt davon, dass ihr Urteil nicht vollstreckt werden wird. Sie sagt, sie hätte seit dem Krieg nie von einer Frau gehört, die hingerichtet wurde. Sie nimmt an, dass sie nach etwa zehn Jahren auf Bewährung freigelassen wird und bereitet sich bereits im Gefängnis auf die Zeit danach vor. Doch Kou irrt sich. Am 10. Juni 1970 wird sie darüber informiert, dass am nächsten Tag ihr Urteil vollstreckt werden wird. Kou steht unter Schock. Sie ist tatsächlich die erste Frau, die nach dem Krieg in Japan hingerichtet wird. Ihre letzten Worte sind, dass es nichts mehr gäbe, was sie noch zu sagen hätte. Dann fällt ihr doch noch etwas ein. Sie sagt, festgenommen zu werden, sei das Gleiche, wie geschäftlich zu scheitern. Und sie sei geschäftlich gescheitert, obwohl sie drei Personen umgebracht hätte. Die Bevölkerung ist schockiert von ihrer Abgebührtheit. Gemeinsam mit ihr wird am 11. Juni auch das Urteil ihres Komplizen Onuki vollstreckt. Ich bin wie immer sehr gespannt darauf, was ihr von den Fällen denkt. Lasst mir wie immer gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert noch schnell die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über einen Kanal Mitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Musik